Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Johannes Ungerer und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin heute auf der Dachterrasse meines Go-Working Spaces hier und nehme diese Folge für dich auf. Schau mal, da oben. Mega, mega hoch. Das sieht richtig krass aus. Man ist ja eigentlich schon auf dem Dach, aber trotzdem ist da noch so eine riesige... So ein riesiger... So ein riesiger... Was ist das? Wie würdet ihr das nennen? Keine Ahnung, Mann. Schreibt es mal in die Kommentare. Ein riesiges Rohr. Ja. Okay. Heutiges Thema ist mir gerade selber in den Kopf gekommen und gerade selber einfach nochmal sehr bewusst geworden. Ich gehe mal in den Schatten, damit ich meine Augen nicht so zusammenkneifen muss. Und zwar geht es um das Thema, wie man mit Angst umgeht. Und ich habe irgendwie immer früher versucht, wenn ich Angst hatte, dass ich da so gegen anarbeite und dass ich immer versuche, irgendwie wie Möglichkeiten zu finden, diese Angst loszuwerden. Ja, Angst zu besiegen. Angst zu bekämpfen. Und so. Und irgendwann habe ich einfach mal so gemerkt, okay, was ist denn, wenn diese Angst jetzt ein Teil von mir vielleicht ist? Was ist denn, wenn es einfach okay ist, jetzt mal diese Angst zu haben? Und interessant war, in dem Moment plötzlich war ich entspannt und war die Angst halt nicht mehr zu spüren. Und das hat mir halt irgendwie gezeigt in dem Moment, dass es gar nicht unbedingt darum geht, dass man irgendwie seine ganzen Ängste, die man hat, nach und nach irgendwie besiegt. Und besiegen, das bringt es halt so richtig, nach Kämpfen, nach Gewinn, gegen die Angst, gegen die Angst. Und auch das Wort gegen, das zeigt das eigentlich schon wieder. Und das möchte ich dir heute einfach als kleinen Impuls mitgeben in diesem Video. Einfach mal zu überlegen, was denn, wenn diese Angst ein Teil von dir ist. Und könntest du die Angst einfach mal annehmen, akzeptieren? Ja. Versuch's einfach mal. Und mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Ich glaube, dass es ganz spannend sein könnte, das einfach mal auszuprobieren. Gut. Das war's schon mit dem heutigen Video. War heute ein deutlich kürzeres. Eine Sache, die mir auch heute einfach nochmal sehr bewusst geworden ist, wo ich glaube, dass ich damit einigen von euch hoffentlich helfen kann, die eventuell gerade Angst haben. Also macht's gut. Bis zum nächsten Video.